Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rack-Tier auf Peatsmeet TV. Heute mit allen aus dem Team Peatsmeet. Und wir schauen uns heute an verschiedene Clips von einem Kanal, der heißt EliHandelB.Wave. Davon haben wir uns schon mal ein paar Clips angeguckt. Und es wurde sich unter anderem von Karador auf Peatsmeet.de gewünscht, dass wir uns da mehr angucken. Und worum es geht ist, es werden Filmszenen genommen, Figuren aus Filmen, und die werden zu passenden Szenen in Videospiele reingeschnitten. Und im Best Case mit einem komödiantischen Effekt. Also hier, wir fangen an mit Ace Ventura in The Witcher 3. Sorry, could you speak into my good ear? Alter. Yes, Satan? Bring me serious. I told you, you're my first priority. Damn, I'm good! Can you feel this? Is the matter of the wolf time? I have exorcised the demons. This house is clear. I have a package for you. Die Quest gab's sogar tatsächlich. Ja, ich verstehe, ich konnte als Kind auch nie schon was mit Ace Ventura anfangen. Ich fand's nur, wie geil passt, dass du tatsächlich ein Haus von einem Geist befreien musst. Ja. Oder eher jetzt das Kind überbring. It's clear. You should have come with my daughter. Oh yeah, the bitch! Hyperactive, lost in Highland Park area. She was half dead, when I found her. A stallion, the fellow bred milf guardian, awaits you in the Staples. Super! Take care now. Bye, bye then. Wie geil! Ich find's mega krass, wie aufwendig so kurze Videos sind. Ja, vor allem das alles so perfekt da rein zu rendern, ist halt insane. Okay, Garfield. War aber auch lustig. Garfield in Fallout 4, stell ich mir sehr abgefahren vor, muss ich sagen. Ja, da sitzt er doch schon. Ich wollte gerade sagen, in dem Reifen. Ist das dann mit Dogmeat? Okay. Okay. Okay, die Kamera-Fight war auch schön. We both know how this has to end. You ready? Hey, warning. I don't fight fair. I scratch and I bite. The Institute tracked him to the glowing sea. I think twice about going in real. Tell me you're not gonna... Oh, I'm going in naked. Please, don't! Fingers crossed, I got superpowers. You moron. No! Can't do this. Reach physical limits. I must go back and reload. What the fuck? I knew they'd send it Corsair. I just didn't think you'd find me so fast. Take a powder for a couple days, get a haircut and grow a beard. Boy, you know any tricks? And you should not hit him here with the Institute. Don't take too long in there. Cover me. I'm going in. Take the picture. Take the picture. Take it, take it, take it, take it, take it, take it! My father is my successor. You can't be serious! You know what? I got two words for that guy. You are fired. We've run out of time. Next step is to attack the Institute. All this running for my life stuff. I want to say we break for lunch, take a quick nap and pick it up later. Sound good? Come on, fuck! What the fuck? You are fired. You are fired. That's so dumb. That's absolutely insane, I must say. Oh, now it's wild. I'm going to go. Let's go. The Cyberpunk 2077. Let's go. Super cool. That's for Navy CIS, right? Yeah. You have a fucking problem. Go get your supervisor, please. See his eye... I see... Peter... Ha! 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 That's very good, Victor. You should like teach him a roll over and sit and do all that stuff to do. Care to explain why you're bringing military equipment into Kompecki Plaza? Hey look man! I'm a business man, okay? I gotta make moves. Das muss man all the time, you know? Wie geht's? Willkommen für ein paar Sekunden, bitte? Dieser Ort hat die schlimmste Sicherheit in der Nation. Wir werden alle und alle Kraten, starten mit dieser hier. Arasaka-Sama hat eine Machteile. Mit Grilled Salmon. Arasaka-Sama's favorite appetizer. Ich beginne zu denken, dass jeder in der Stadt ist ein Roboter. Wenn jemand eine Therapie-Session will, dann geht's ein Psych-Doc. Es ist da, aus der Pacifica. Das ist wie du es machst. Das ist nichts spezielles. Ich bin ein Muslim, und ich weiß, das Park ist hier. 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 Okay, ist das die Tunnel-Session? Das Park ist hier. Nichts kann uns jetzt. Das ist hier. Das Park ist hier. Das ist sehr dumm. Oh Mann ey, das ist richtig gut. Okay, Kevin allein zu Hause. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry, Bram, was hast du gesagt? Ja, das ist ein ganzer, also für alle, die sind interessiert da draußen, das ist ein ganzer Kanal, der hat ganz viele Sachen. Genau, Ali Handel B, also die Videos sind auch verlinkt unten. Es gibt vier Tagen kamen wir das letzte Mal auf einer Zeit. Es gibt mehr als die, die wir uns hier gerade angucken, ja. Ich glaube, wir haben auch schon mal welche gesehen. Ja, wir haben auch schon mal welche gesehen. Hey, das haben wir doch am Anfang alles gesagt. Ja, Leslie Deals in Detroit haben wir zum Beispiel schon gesehen. Ich glaube, die haben mehr Videos, als wir gerade gucken. Ja, es kann sein. Gibt es einen Kanal für, oder? Ja, vielleicht hat jemand nicht aufgepasst, dann kann man das ja noch mal erwähnen. Ja, ja. Okay, das ist so wild. Geil, das ist für eine eine, da steht mit der Schaufel. Wurde mal. Cool. Geil. Hello. Hello. I'm not afraid anymore. Do you hear me? I'm not afraid anymore. Das ist so cool. Das ist so. Ich möchte nicht mehr Familie. Ich möchte nicht mehr Familie. Ich möchte keine Familie. Familie sind los. Oh mein Gott Das war richtig gut Holy shit ey Oh mein Gott Also auf die Idee muss man erstmal kommen Und das dann auch so brillant umzusetzen Respekt an EliHandlB.weff Abgefahren Also der hat nur siebeneinhalbtausend Abonnenten auf YouTube What the fuck Das ist sein Greenscreen Channel Wo ich gerade aus Versehen drauf war 258.000 und die Videos haben teilweise Über eine Million Aufrufe Also schaut da gerne mal Vorbei Ich sehe hier zum Beispiel Leute Lindemann ist Patreons Es gibt Tony Soprano Und links Der Tony Soprano in God of War ist bestimmt auch fucking brillant Guck mal der ist auch da Also da könnt ihr Auch mal vorbeischauen Vielen lieben Dank Das ist mega cool Haut rein Tschüss 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 Tschüss